Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es nach Berlin geschafft habt. Mein Name ist Michelle und es mittlerweile fünf Jahre her, dass ich mit meinem Team den Bundeswehrbewerb gewonnen habe. 2011 stand ich genau wie ihr auch in Berlin und war voller Erwartungen, was bei den nächsten Tagen passieren würde. Und nun ist es mir eine Ehre, euch zu begrüßen und euch erste Glückwünsche mit auf den Weg zu geben. Ich befinde mich momentan auf Reisen auf Bali. Letztes Jahr habe ich mein Abitur gemacht und währenddessen ein Jahr lang gearbeitet und mir nun erstmal eine Auszeit gegönnt und mache momentan Backpacking in Südostasien und das ist sehr empfehlenswert. Also wenn ihr später nicht wisst, was ihr nach dem Abitur tun solltet, kann ich euch empfehlen zu reisen. Aber jetzt geht es natürlich in erster Linie um den Wettbewerb und da kann ich euch empfehlen, euch nicht zu sehr stressen zu lassen, sondern einfach zielorientiert und kooperativ mit eurem Team zusammenzuarbeiten und dann wird das auch ganz sicher gelingen, da bin ich mir sicher. Ich wünsche euch ganz viel Glück für den Wettbewerb, habt eine tolle Zeit und genießt es. Und ja, viel Erfolg. Bis dann. Herzlich willkommen zum diesjährigen Bundeswettbewerb Finanzen. Mein Name ist Jonas Bernsdorf. Ich komme aus Duisburg in Nordrhein-Westfalen und habe gerade mein Abitur gemacht. 2012 habe ich mit meinem Team an der Finale-Runde in Berlin teilgenommen. Zu dritt haben wir mit großer Begeisterung an unseren Aufgaben getüftet. Durch die gute Kommunikation im Team konnte jeder seine Fähigkeiten und Stärken einbringen, wodurch wir uns gegen unsere Mitstreiter durchsetzen konnten. Ich wünsche euch nun viel Spaß in dieser spannenden Zeit und natürlich viel Erfolg. Hi, ganz viele Grüße aus dem sonnigen Oldenburg. Mein Name ist Yannick und vor zwei Jahren stand ich an derselben Stelle wie ihr heute. Damals konnte ich mich zusammen mit meinem Team als Sieger durchsetzen und durfte somit im vergangenen Jahr auch spannende Erfahrungen in der Jury dieses Wettbewerbs sammeln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den kommenden Finaltagen, sei kreativ und hab keine Angst auch mal andere Wege zu gehen. Toi, toi, toi. Hallo, wir sind Dan, Pat, Marc und René. Wir sind die Gewinner vom letzten Jahr und wir sind gerade hier in Köln bei der Jury-Sitzung. Gemeinsam mit den anderen Juroinnen und Juroren haben wir uns gerade für eure Beiträge entschieden. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Auch wie in den Vorjahren wird es dieses Jahr ein Team bis ganz nach oben schaffen. Möge der Beste gewinnen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf spannende und interaktive Tage freuen. Ihr werdet in den nächsten Tagen viel über Finanzen und Wirtschaft lernen. Wir wünschen euch ganz viel Glück, Erfolg und vor allem Spaß und wir freuen uns darauf, euch morgen kennenzulernen. Ciao!